Moin sind's YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3, hier mit der Vespa am Start. Ihr seht die Specs, äh, ihr seht die Specs nicht, jetzt seht ihr die Specs. Die hat die übelst heftige Feuerrate. Das ist echt heftig, das werdet ihr gleich im Spiel sehen. Ähm, die sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut. Der Schaden, naja, Reichweite, äh, Präzision ist auch nicht das Beste, der beste Junge. Ähm, und ihr seht wieder die Standardklasse, perfekt. Und dann sieht man sich gleich in der Runde. Und da befinden wir uns auch schon in der Runde. Schön mit der Vespa am Start. Und wieder mit dabei ist natürlich der Black und der André. Und, servus. Natürlich sind die dabei, diese Supersuchtis. Ja, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hab nur vom Obermeister gelernt. Entschuldigung. Wollte ich sagen, wir hatten über 1000 Stunden MV3. 1600. Sochtig. Fuck, 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 fuck. Oh, okay. Ich hab die Waffe jetzt schon mal gut gezeigt, auf jeden Fall. Ich hab einfach einen gebockt. Aber mit dem Waffenkolben kann's auch einen töten, ne? Wenn sie das... Wer es schafft, ne? Der ist, der ist wirklich spitz. Alter Schwede, ey. Aber ihr seht einfach, die Waffe ist so... Achtung, Nate. Oh, ich bin einfach weggespült. Waren wir uns rein, auch kurz. Mhm. Der wollte wieder in der Trüschel, ne? Ihr seht, diese Office ist einfach ziemlich overpowered, finde ich. Man kann sehr schnell Munitionsprobleme kriegen. Ja, man kann sehr schnell Munitionsprobleme kriegen. Das ist so dein Nachteil an der Waffe. Auf jeden Fall. Da seht ihr zum Beispiel Munitionsprobleme. Und jetzt hab ich auch die Probleme, dass ich jetzt... Also, wie ich gesehen habe, ich muss auf die... Ja, plündern. Dass man wieder Munitions-Einge... Einsammeln kann. Ja, die hätte ich vielleicht ehrlich auf die Klasse hier draufpacken müssen. Was mach ich dann? Wenn ich die Waffen vorstelle, wenn alle Waffen da sind. Eigentlich müsstest du auf der Westbau erwartet, dass ich wegkomme. So viel, wie die raushaut. Ja, nee, also ein Gegner kriegt damit immer ganz gut. Ja, weil sie dann zwei kommen. Oh, leil, der ist runtergefallen. Direkt von meiner Nase so ganz stumpf so. Wo ist der? Tschüss. Ja, dann hast du wohl der falsch eingestellt, ne? Und was hat er geschrieben? Haben sie gerade nicht gesehen. Ja, ja, so 100 FPS aber trotzdem... Trotzdem lags oder schwammig, oder hast du nicht gesehen? Ja. Oh, das sind zwei, aber ich kann mir die Sniper jetzt nicht snacken, weil ich die Razer... Äh, weil ich die... Razer wegkomme, genau. Oh, nö, nö. Ich laufe den zwei in echt hinterher die ganze Zeit. Der erste fällt um, der zweite fällt um. Hm, nö. Level 39. Okay. Nein, Lex. Und da... Na, danke, Black. Woosa. Meiner. Mega halt, dass man auch echt gesnackt. Und da seht ihr, dass man dann auch relativ schnell das Mech verballern kann. Hä, was denn? Ich hab den ganzen Smack gerade weggeballert. Oho. In einen rein. Ja, ne, davor sind mir ein paar Leute gesnackt, ein paar viele. Ah, shit. Die einfach der blöden Drohne. Ich hoffe, ist das schon ganz geil, aber... Halt auch nicht sonst so effektiv. Zack. Weil der Schaden von da finde ich schon eigentlich ganz gut. Zack, zack, zack. Die wollen wir mal ausschalten. Kriegst du einen anderen? Perfekto. Ja, wir closen ja uns alle. Na ja. Du konntest dich nicht früher umbringen, weil du in dem Ding stand. Ich bin im Schuss fällt. Hättest du jetzt auch gesagt, wie es ist. Ja. Ich krieg da keine Monie mehr, das gibt's nicht, ey. Jetzt hab ich mich nur wiederbelegt, das ist ein bisschen dumm. Naja, egal. Warum krieg ich hier nächstens einen, ne? Zwei. Respekt. Ja, einen haben wir davon schon angehütet. Tja, das kann ich nicht wissen. Sowas, sowas ist dann unwissend. Hat mich wieder drei Leute von mir weggerannt, aber ich kann eigentlich nur auf den Nahkampf mit da vorgehen, weil die so eine schlechte Dings hat. Was zur Hölle, er schaltet uns einfach beide aus. Von wo denn? Ja, super, toller Spawn, muss man schon sagen. Sorry, André. Und dann leck das wieder. Ich war eh schon wieder dort. Ich könnte so kotzen. Diese blöden Legs, die kosten mir jedes Mal mein Life. Warum sind da drei Leute in den Rampen? Wieso sterben die nicht durch die blöde Nate? Aber steckt der nicht durch 10.000 Schuss? Das hast du nicht getroffen? Ich hab getroffen. War noch ziemlich gut. Das wird mir sogar im Video ziemlich gut sehen. Brrrr. Hm. Dann komisch. Das war mein, dann brauchst du mir den nirgenden Snack. Hm. Das war mein, dann brauchst du mir den nirgenden Snack. Und woanders kamen gar keine Schüsse. Es kamen nur von mir Schüsse. Nee, da. Aber warum nicht? Den? Den hab ich gar nicht mehr getötet, nee, nee. Ja, das war ich ja. Ja, aber dann war die Runde schon vorbei. Und dann sag ich erst mal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung an, wenn es dir nicht gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty Black Ops 3. Ciao, ciao. Uh oh. Uh oh.